Herzlich Willkommen hier bei All4Game mit einer neuen Frise hier am Start! Ich habe endlich mal wieder nachgesucht nach neuen Frisuren für den Virtualen Pro und habe endlich mal eine geile Dreadlock Frisur gefunden, nach der er schon eine ganze Zeit gefragt wurde und zwar die Frisur von Cuadado, wenn man den so ausspricht. Der spielt jetzt nur bei Chelsea und Schürrle ist jetzt Wolfsburg und der, wo er jetzt bei Chelsea spielt, die Haare habe ich gefunden. Sie sehen richtig geil und fresh aus, das wurde eh schon nachgefragt die ganze Zeit, ob es endlich Dreadlocks kommen und jetzt sind welche draußen und ich hoffe die gefallen euch. Hier seht ihr im Hintergrund gerade die ganzen verschiedenen Farben und probiert es aus, habt Spaß und ich lasse einen Daumen hier und ich verabschiede mich, haut rein, bis zum nächsten Mal! Sationale 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020